Ich darf Sie sehr herzlich zum Kurzvortrag Grundlagen der elektrotechnischen Normung begrüßen. In diesem Vortrag werden wir die wesentlichen Fragen zum Thema Normung behandeln. Mein Name ist Christian Gabriel, ich leite die Normungsabteilung im Österreichischen Verband für Elektrotechnik. Die erste Frage, mit der wir uns beschäftigen werden, ist, warum überhaupt Normung? Nun, am Anfang steht die Idee für eine Norm und sehr oft ist die Basis für die Idee einfach der Sicherheitsgedanke und der Wille zu einer Funktionalität von elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln. Auf der anderen Seite gibt es auch marktpolitische Anforderungen, die zu berücksichtigen sind, wie eben der Abbau von sogenannten technischen Handelshemmnissen. Und schlussendlich auch der strategische Ansatz, dass ich durch die Norm meine Marktposition verbessern, ausbauen möchte. Der Normungsprozess selbst ist sehr wichtig, denn in diesem Normungsprozess bringe ich meine Positionen sehr oft vehement ein, muss sie dort vertreten, aber noch wichtiger ist die Möglichkeit, hier ein internationales Netzwerk auszubauen, aufzubauen. Schlussendlich wird die Norm veröffentlicht und ist in der Anwendung. Und hier sollen natürlich wirtschaftliche Vorteile überwiegen, wirtschaftlicher Nutzen soll vorliegen, Investitionssicherheit soll damit auch gewährleistet werden. Und auch ganz wichtig, gerade in Zeiten, wo sehr viele Streitigkeiten über Gericht ausgetragen werden, ist, dass ich durch die Anwendung einer Norm Rechtssicherheit erhalte. Wer normt eigentlich schlussendlich? Nun, es kann im Endeffekt jeder am Normungsprozess teilnehmen. Natürlich sind gewisse Grundfähigkeiten Voraussetzung, aber im Prinzip ist jeder eingeladen, am Normungsprozess teilzunehmen. Die sogenannten Experten, wie wir sie bezeichnen, rekrutieren sich aus den verschiedensten Bereichen, sei es aus Industrie, Gewerbe, aus der Wissenschaft, auch vom Gesetzgeberseite her, Bund und Länder und schlussendlich natürlich der Verbraucherkreis. Diese Experten treffen sich in sogenannten technischen Komitees, Subkomitees und Arbeitsgruppen. Auf nationaler Ebene wäre dies im OVE 1883 gegründet. Im Übrigen hat der OVE 1888 schon die erste Norm herausgebracht. Er war hier Pionier im elektrotechnischen Bereich zum Thema Sicherheit elektrischer Anlagen. Die Arbeit erfolgt in 110 technischen Komitees mit 900 Experten. Auf internationaler Ebene erhöht sich diese Anzahl natürlich massiv. Wir haben bei IEC 1700 technische Gremien mit rund 20.000 Experten. Sie sehen also, dass hier diese Normungsfamilie im elektrotechnischen Bereich auf internationaler Ebene sehr, sehr groß ist. Auf europäischer Ebene haben wir Cenelec, die vornehmlich sich mit Aspekten auch der europäischen Gesetzgebung befasst, also ein Bindeglied zur Europäischen Kommission ist. Es gibt dann noch eine Vielzahl von weiteren Normungsgremien im elektrotechnischen und elektronischen Bereich, hauptsächlich Foren und Konsortien, mit denen wir, respektive IEC und Cenelec, entsprechende Kooperationen unterhalten. Zu erwähnen ist noch, dass natürlich hier nur der elektrotechnische Bereich angesprochen wird. Wir haben dann auf internationaler Ebene das bekannte Institut ISO, auf europäischer Ebene als Schwesterorganisation zu Cenelec-CEN und auf nationaler Ebene Austrian Standards. Im Telekommunikationsbereich gibt es auf internationaler Ebene noch die ITU und ETSI, das European Telecommunication Standard Institute. Wie werden Normen erstellt? Auch hier ist vordergründig wieder die Idee am Start. Auf nationaler Ebene wird diese Idee allen Mitgliedsländern in Cenelec mitgeteilt. Das ist ein Muss aufgrund des sogenannten Wilhelmura-Verfahrens. Wenn hier ausreichend Interesse besteht, wird aus der nationalen Idee ein europäisches Projekt und über das Frankfurter Griemen wird diese Idee noch auf internationaler Ebene weitergegeben und kann somit auch zu einem internationalen Projekt führen. Wenn die Idee nun zu einem Projekt führt, so haben wir dann entsprechende Projektphasen. Sie sehen, wir lieben Abkürzungen in der Normung. CD steht für Comedy Draft, also ein Entwurf wird gemacht in einem Komitee. Und dieses Papier führt schlussendlich zu einem öffentlichen Entwurf. Im sogenannten Public Enquiry wird dieser Entwurf der Öffentlichkeit vorgestellt. Aufgrund der europäischen Regeln sind wir sogar verpflichtet, diese Entwürfe als nationale Entwürfe zu veröffentlichen. Über unser Entwurfsportal und Inhalte-Einspruchsfrist kann jeder kostenfrei diese Entwürfe durchsehen und kommentieren. Nach einem weiteren Schritt als Schlussentwurf kommt es dann zur Veröffentlichung der Norm. Auf europäischer Ebene erfolgt dann die Ratifizierung in Brüssel und wir sind aufgrund der Regeln verpflichtet, in Österreich die europäische Norm ins nationale Normenwerk zu übernehmen. Wir sind auch verpflichtet, entgegenstehende nationale Bestimmungen zurückzuziehen. Jedes Mitgliedsland ist dazu verpflichtet, damit es gewährleistet, dass in Europa ein einheitliches Normenwerk vorherrscht. Die Zahlen, die ich hier präsentiere, reflektieren auch die Internationalität der Normung. Wir beginnen grundsätzlich in der Elektrotechnik, hauptsächlich Normung auf internationaler Ebene, um dem Gedanken, ein Standard, ein Test weltweit zu entsprechen. Rund 80% der europäischen Normen basieren auf IRC-Dokumenten. Nur 20% der europäischen Normen im Elektrotechnikbereich sind sogenannte Eigenerarbeitungen. Von den rund 6000 Normen, die wir verwalten im elektrotechnischen Bereich, hier auf nationaler Ebene, sind nur 5% rein nationale Normen. Sie sehen auch, das österreichische elektrotechnische Normenwerk ist schon massiv international dominiert. Welche Normen gibt es noch einmal zum Überblick? Nun, auf der internationalen Ebene natürlich die IRC-Standards, International Standards, die durch die Normennummer 60.000 charakterisiert sind. Es gibt dann noch eine Abweichung von der Nummerierung mit 80.000. Das sind Kooperationen mit ISO im Medizinproduktebereich. Und dann gibt es noch Doppelstatus-Dokumente aufgrund von Kooperationen mit anderen Normenorganisationen wie ISO oder IEEE. Da wir auf europäischer Ebene hauptsächlich die Standards von IRC übernehmen, übernehmen wir natürlich auch die Nummerierung. So haben wir also einen größten Teil 80% unserer europäischen Normen basierend auf IRC mit 60.000er oder 80.000er Nummerierung. Nur dort, wo Eigenarbeitungen auf europäischer Ebene passieren, haben wir als Nummerierung die 50.000er-Serie. Sie erkennen also an der Nummer schon, wo die Quelle einer europäischen Norm ist. 45.000 charakterisiert die Kooperation einer Norm zwischen CEN und CENELEC. Auf nationaler Ebene haben wir die OVE-Normen im Elektrotechnikbereich. Die OVE-Normen sind in zwei Kategorien zu unterteilen. Zum einen die verpflichtende Übernahme von europäischen Normen. So haben wir dann die OVE-EN-Normen. Oder die nationalen Erarbeitungen, wie eben die Serie E, das heißt dann OVE-E 8014 zum Beispiel. Also wir haben die 8.000er-Nummer vornehmlich auf nationaler Ebene im Elektrotechnikbereich. Es gibt auch weitere Publikationen, die normativen Charakter haben, aber nicht eine vollwertige Norm darstellen. Zum einen sind das die Technical Specifications auf internationaler Ebene oder das Gegenstück dazu auf nationaler Ebene die OVE-Richtlinien. Es handelt sich hier um normative Dokumente, die vielleicht eine Vorstufe zu einer Norm sind oder Normen praktisch mit Informationen ergänzen. Es gibt dann noch eine weitere sehr populäre Publikationsform, das sind die Technical Reports. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um Berichte, die einen Überblick zum Beispiel zu einem Normungsbereich geben. Sie enthalten keine normativen Grundlagen. Ein wesentlicher Aspekt neben Technik, Marktpolitik, Strategie ist der Zusammenhang mit der Gesetzgebung in der Normung. Auf europäischer Ebene haben wir hier einen sehr starken Einfluss von der Europäischen Kommission. Sei es durch beauftragte Normen, sei es durch die Gesetzgebung in Form von Verordnungen und Richtlinien. Richtlinien zum Beispiel müssen dann ins nationale Normenwerk übernommen werden. In Österreich ist die gesetzliche Base für die Elektrotechnik als Elektrotechnikgesetz. Hier sind grundsätzliche Anforderungen festgelegt, Sicherheitsziele für elektrische Betriebsmittel und elektrische Anlagen und unter anderem auch der Auftrag an den OVE als österreichische elektrotechnische Normungsorganisation. Ich möchte das kurz einmal im Detail erklären, dieser Zusammenhang mit der Rechtsebene. Und das gleich mit der Frage, sind Normen eigentlich verbindlich, verknüpfen. Fangen wir wieder auf der europäischen Ebene mit der Erklärung an. Die Kommission veröffentlicht Richtlinien, die Sicherheitsziele formulieren, die sogenannten wesentlichen Anforderungen, die ein Hersteller erfüllen muss oder ein Produkt erfüllen muss, wenn es in den Verkehr gebracht wird. Dem Hersteller steht frei, ob er Normen anwendet, um diese Sicherheitsziele zu erfüllen. Er ist sehr gut beraten, Normen zu verwenden, weil er ansonsten auf andere Weise deklarieren muss, wie er die Sicherheitsziele erfüllt hat. Deswegen habe ich das freiwillig unter Anführungszeichen gesetzt. Aber vom Grundgedanken her ist die Anwendung von Normen freiwillig. Wendet der Hersteller die Norm vollständig an, so liegt eine sogenannte Konformitätsvermutung mit den Sicherheitszielen der Richtlinie vor. Richtlinien der EU müssen, wie schon gesagt, ins nationale Gesetzeswerk übernommen werden. In Österreich geschieht das im Verordnungsweg über die Ministerien. Für Verordnungen braucht es eine entsprechende Verordnungsermächtigung. Das geschieht über das schon zitierte Elektrotechnikgesetz. So haben wir in Österreich eine Vielzahl von Verordnungen mit EU-rechtlicher Basis. Zum Beispiel die Niederspannungsrichtlinie ist die Niederspannungsgeräteverordnung. Die EMV-Richtlinie wurde als EMV-Verordnung übernommen. Es gilt nun ein Loch zu füllen mit jenen Bereichen, die nicht vom EU-Recht behandelt werden. Und hier geht es hauptsächlich dann um den Anlagenbereich. Anlagen unterliegen ja nicht einem technischen Handelshemmnis über die Grenzen hinweg. Und wir haben hier in Österreich dieses Loch mit der sogenannten Elektrotechnikverordnung gefüllt. Es gibt hier eine Verordnung. Diese Elektrotechnikverordnung hat eine Besonderheit, dass sie Normen für verbindlich erklärt. Im Anhang sind Normen gelistet, wo der Gesetzgeber sagt, diese Normen sind zwingend anzuwenden. Sie werden also im Gesetzesrang erhoben und sind auch kostenlos über das Rechtsinformationssystem des Bondes beziehbar. Ein Novum seit der letzten Novelle im vorigen Jahr, im Juli, ist auch die Möglichkeit von sogenannten grundgemachten Normen, die der Gesetzgeber empfiehlt zur Anwendung, um die Sicherheitsziele des Elektrotechnikgesetzes zu erfüllen. Wenn man also diese grundgemachten Normen anwendet, dann hat man, wie bei den Produkten auf europäischer Ebene, eine Konformitätsvermutung mit den Sicherheitszielen des Elektrotechnikgesetzes. Sie sehen also, das Feld in der elektrotechnischen Norm ist sehr weit. Zum einen Technik, zum anderen Strategie, Marktpolitik, zum anderen eben auch der Zusammenhang mit der Gesetzgebung. Es zahlt sich aus, eigentlich hier in diesem Bereich zu etablieren, mitzuarbeiten und ich kann Sie nur einladen, die Vorteile einer Mitarbeiter in der Normung zu nützen. Zum einen haben Sie eine Möglichkeit, die Sie sonst nirgendwo haben, Teil eines internationalen Netzwerkes zu werden. Sie treffen Ihre Kunden, Sie treffen Ihren Wettbewerb. Sie halten mit den entsprechenden Trendtechnologien Schritt, denn die sind immer Diskussionsthema in den technischen Komitees. Sie haben also da auch die Möglichkeit, Informationen aus erster Hand zu erhalten. Sie können Ihre Marktposition festigen, Sie können Ihren Kontakt mit dem Gesetzgeber auch verbessern, da er ja natürlich auch mit Ihnen am Tisch sitzt. Sie können generell Probleme, ganz einfach, die im Tagesgeschäft auftreten, mit Ihren Kollegen in den technischen Komitees lösen. Und schlussendlich können Sie Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten durch Ihre Mitarbeit in den internationalen Gremien verbessern. Wenn Sie Interesse haben an der Teilnahme, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie finden die Kontaktdaten auf unserer Webseite. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Growingd примcidos, wenn Sie Interesse haben, bitte Sie zumFlussbring, informieren Sie den Startout ein wenig Julian Bremen in der Verte clos 5 oder in ByouAS SPOENOW-Z nach hinten in der Verteidigung. Anㅜётся Kl tipsen auf unserer Webseite.